Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und heute schauen wir uns weitere 8 Unternehmen an, die in einer doch interessanten charttechnischen Situation sind. Also viel Spaß beim folgenden Video. Fangen wir doch heute direkt an. Ich habe heute einige Big Techs mitgebracht, die charttechnisch doch recht interessant aussehen. Und wir beginnen mal mit Microsoft. Und Microsoft ist ja langfristig sicherlich kein Fehler gewesen. Also jeder, der investiert ist seit Wochen und Monaten, der hat hier ordentlich Rendite mitnehmen dürfen. Und so scheint es auch jetzt erstmal nach der Seitwärtskonsolidierung weiterzugehen. Und warum sage ich das? Ja, wir haben hier ein steigendes Dreieck. Die Konsolidierung verlief zwar relativ volatil, aber doch seitwärts. Und man konnte immer wieder sehen, dass an den Widerständen abverkauft wurde. Hier die obere orange Linie und an der unteren orange Linie ist die Unterstützung da. Und da gab es auch immer wieder Zukäufe. Und hier sehen wir jetzt den Ausbruch. Der ist jetzt am Freitag stattgefunden und dann ging es erstmal stark nach oben. Doch im Laufe des Tages kam der Rebound. Es könnte natürlich sein, dass es hier ein Fehlausbruch war. Aber wir starten heute direkt positiv in den Tag. Der Kurs ist aktuell in etwa bei 229. Das heißt, wir sind wieder an den Hochs des Ausbruchs. Und hier könnte es jetzt sehr wahrscheinlich auch weitergehen in Richtung Allzeithoch bei 232,80 Dollar. Und von dort aus kann es dann eigentlich auch relativ schnell nach einem Ausbruch weitergehen in Richtung neue Höhen. Daher sehe ich das Ganze hier sehr, sehr bullig. Der Einstieg ist eigentlich sehr sinnvoll jetzt tatsächlich. Und vielleicht nochmal bei einem Rücksetzer am Allzeithoch. Dort könnte es auch nochmal ein Stück zurückgehen. Aber die Kurse von heute, glaube ich, werden wir so schnell nicht wieder sehen. Insgesamt muss man auch sagen, ist das Trend-Template weiterhin intakt. Wir haben den gleitenden Durchschnitt 50 Tage oberhalb. Dann den 150er darunter und den 200er. Das heißt, dass wir hier eine schöne Aufwärtsbewegung sehen, die hier wahrscheinlich auch weitergehen wird. Schauen wir doch nochmal auf die Slow Storastik. Und hier sehen wir, die sind zwar kurzzeitig im übergekauften Bereich. Das heißt, hier ist es auch relativ schnell nochmal mit Gewinnennahmen zu rechnen. Aber wie tief die gehen, ist dann eben hier die Frage. Denn der Kaufdruck, der ist deutlich höher. Und hier ist es doch relativ denkbar, dass es stark nach oben gehen wird. Weiter soll es gehen mit einem weiteren Big Tech, der aber noch nicht in dieser Phase ist. Das ist die Aktie von Amazon. Und Amazon hat ja doch zuletzt doch Hoffnung gemacht, dass man hier recht gut durch die Krise gekommen ist. Natürlich noch extremst profitieren konnte. Auch im Weihnachtsgeschäft. Und das werden wir dann natürlich in den Quartalszahlen erst sehen. Auch hier langfristig keine Frage, was bulliger wird. Aber auch hier die gleiche Konsolidierungsphase wie bei Microsoft gerade eben. Es geht eben schön seitwärts, recht stabil. Und wer hier unten immer wieder eingestiegen ist, der hat natürlich schöne Chancen nutzen können. Aber wir sehen auch hier kurzzeitig der Ausbruch, der aber dann zum Fehlausbruch wurde. Da hat die Tagesabverkäufe den Kurs wieder unter die obere orangene Linie drücken konnte. So, wir sehen also hier wieder Rückverkäufe oder Abverkäufe auf den gleitenden Durchschnitt 50 Tage. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, bevor dann hier so langsam der Ausbruch kommen wird und muss. Entweder nach oben, was sehr wahrscheinlich ist. Oder eben nach unten für den Fall, dass die Quartalszahlen völlig enttäuschen. Wir werden es sehen, aber ich bin sehr bullig eingestellt bei Amazon. Sie sind halt Profiteur der Krise und ich glaube, da gibt es wenig, was dagegen sprechen kann. Dann wäre natürlich das nächste Ziel das Allzeithoch, was anzufahren wäre oder gilt. Und da sind wir bei 3.550 Dollar. Das wäre das erste Kursziel. Dort wird der Kurs dann noch mal kurz stabilisieren und einfach mal kurz seitwärts laufen. Vielleicht auch noch mal kurz abprallen und dann mit etwas mehr Volumen wieder hochschießen auf neue Allzeithochs. Also bei Amazon bin ich auch sehr, sehr bullig und natürlich auch selbst investiert. Deswegen hier wieder der Disclaimer-Hinweis, dass ich natürlich auch das Ganze völlig falsch sehen könnte. Und ihr bitte nicht die Entscheidung des Kaufes oder des Verkaufes aufgrund meiner Einschätzung treffen solltet. Weiter soll es gehen mit einem nächsten Big Tech und zwar einen, der schon ausgebrochen ist. Nicht so wie Microsoft, sondern noch ein ganzes Stück weiter schon. Denn ich hatte eigentlich vor, dieses Unternehmen eher zu zeigen. Aber manchmal geht es halt schneller am Markt und deswegen sehen wir hier bei Alphabet, ist der Ausbruch schon geschehen. Es ging richtig stark und scharf nach oben. Langfristig alles intakt, alles gut. Und wir sehen, die starken Quartalzahlen hatten ja den Kurs auf über 1.700 Dollar hoch katapultiert. Und seitdem aber eine Seitwärtsphase, aber eben auch auf diesem Niveau. Deshalb sind die Rücksetzer nicht da runtergegangen, was immer gut ist bei einem Pivotal News Point. Und da konnte man durchaus immer wieder zukaufen. Nun, die kurze Konsolidierung wurde auch aufgebrochen. Es ging hoch in Richtung 1.915 Dollar, wie wir jetzt auch stehen. Und jetzt ist die Frage, wie es hier weitergeht mit der Konsolidierung. Es kann sein, dass man hier nochmal runterfällt auf dieses grüne Viereck, was ich hier für euch eingezeichnet habe. Das wäre dann auch nochmal ein Kaufpunkt, den man nehmen könnte, mitnehmen könnte. Aber ob der Eintritt ist jetzt so, nicht ablesbar für mich. Denn hier kann es auch sein, dass wir auf hohem Niveau weiter seitwärts laufen. Oder direkt auch die Bewertung sich weiter nach oben verändert. Das wird sich jetzt auch im Laufe des ersten Handelstages zeigen. Wenn die US-Börsen nachher eröffnen oder jetzt dann auch gleich eröffnet sind, könnte es hier natürlich schon zu einer Rallye weitergehen. Denn die Marktdaten scheinen recht positiv. Alle sind grün und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Alphabet, der dritte im Bunde, der Big Techs und einer, der eigentlich auch zu den Big Techs mittlerweile gehört und auch mit A anfängt, ist Adobe. Und Adobe habe ich ja auch schon länger im Depot, aber so langsam wird auch hier der Chart richtig spannend. Und hier gibt es noch mehrere Möglichkeiten, was passieren kann. Ein Ausbruch, noch nicht stattgefunden, also keine Sorge, ihr seid nicht zu spät. Ganz im Gegenteil, die Konzentrierung hat jetzt hier schon einen schönen Lauf genommen. Die rote Linie ist die Unterstützung, die wurde noch nicht unterboden. Stattdessen ging es dann immer wieder relativ schnell nach oben. Und jetzt gibt es eben drei Szenarien. Es kann sein, dass diese Unterstützung nochmal angefahren wird und wer da einsteigen möchte, weil er überzeugt ist, Adobe, tolles Unternehmen, langfristiges Buy and Hold, dann könnte man hier einsteigen bei knapp 450 Dollar. Oder wenn die Unterstützung nicht halten sollte, was auch passieren kann, was ich mir nicht ganz so vorstellen kann, aber es ist natürlich auch mal eine Frage, wie die Marktnachrichtenlage insgesamt ist oder auch vielleicht eine politische Börse hier kurz für Abverkäufe sorgen könnte, geht es hier nochmal runter auf die nächste Unterstützung bei 414 Dollar. Dort spätestens sollte der Kurs halten, weil wir die Unterstützung hier links im Bild haben. Das ist dieser Bereich, der spätestens für Unterstützung und für Auftrieb sorgen sollte. Ja, oder es geht jetzt einfach weiter, was auch denkbar wäre im Zuge des technischen Fortschritts, was man hier auch sieht, dass die Trendlinie, die sich kurzfristig gebildet hat, gebrochen wird. Und dann ist natürlich auch ein Kaufsignal, denn dann kommen wieder viele Käufer hinein, Trendfolgetrader vor allen Dingen, die den Kurs weiter nach oben katapultieren. Auch hier wieder in Richtung Allzeithoch, wir sehen ähnliche Chartformationen wie auch bei den anderen Big Techs, die wir gerade schon gesehen haben. Auch hier sind wir noch im überverkauften Bereich, also fast zumindest ist gerade frisch rausgegangen. Also es ist auch noch viel Potenzial nach oben da, bin ich also auch weiterhin sehr bullig eingestellt bei Adobe und daher werden wir jetzt weiter beobachten, ob wir hier ausbrechen. Wer überzeugt ist, kauft natürlich da gern nach, macht Sinn. Langfristig halten ist es kein Wert, der sich jetzt innerhalb von wenigen Wochen verdoppeln wird, aber doch ein solides Investment für vielleicht dann auch mal die Altersvorsorge. Okay, kommen wir mal weg von den ganzen Tech-Unternehmen, ehe es euch langweilig wird und schauen wir mal doch, was es noch Schönes gibt in den anderen Bereichen und zwar im grünen Sektor beziehungsweise bei Tomra Systems. Und Tomra Systems, viele haben sie vielleicht schon im Depot, das hat sich sicherlich auch langfristig gelohnt, davon bin ich überzeugt. Aber wir sehen, dass ja auch immer wieder mal eine Seitwärtsphase hier für Geduld sorgt, ja, also während andere Unternehmen hier durch die Decke gehen, ist Tomra einfach ein stabiler Partner im Depot und das sieht man eben auch an dem Kursgewinnen. Natürlich, das Unternehmen nach wie vor stark bewertet, hoch bewertet, doch die Konsolidierung war hier doch recht stabil und wir sehen, dass wir hier so eine Art Tasse mit Henkel gesehen haben. Das kann ich euch gerne nochmal einzeichnen hier, das sehen wir an den Punkten. Die Unterstützung hat dann auch immer wieder gehalten, hier gerade bei 34 Euro umgerechnet und jetzt eben hier die Konsolidierung auf sehr hohem Niveau, wenn auch relativ volatil und eben der Ausbruch für wenigen Handelstagen. Da ging es eben raus aus dieser Linie und die Trendfortsetzung scheint jetzt intakt, auch im Laufe des heutigen Montags ging es von relativ weit unten auf schon wieder hoch und so sukzessive kommen die Käufer in den Markt, die den Kurs weiter nach oben treiben. Wir sehen es auch hier während der Aufnahme, dass immer wieder ein Stück höher baut der Kurs und hier geht es doch jetzt relativ schnell, dass man die Kurse 42 bis 45 vielleicht sogar noch deutlich höher erreichen könnte. Natürlich sind sie auch Gewinner im ganzen Green-Tech und Clean-Tech und hier wird sich dann auch zeigen, ob Tomra Systems in den Quartalszahlen Positives berichten kann. Also Tomra Systems sollte man auf den Zettel haben, vielleicht auch jetzt einsteigen, also wer überzeugt ist, der sollte auch diesen Ausbruch jetzt nutzen. Die Trendfortsetzung ist eingeleitet und das Trend-Template ist nach wie vor positiv. Also eine Rallye-Aktie. Weiter geht es mit einem Unternehmen, was vielleicht viele nicht so sehr auf dem Schirm haben und zwar die Aktie von Appfolio und sie bieten ja eine Cloud-basierte Softwarelösung im Immobilienbereich. Da also auch gerne mal genauer reinfuchsen, wer das Unternehmen noch nicht kennt, aber die Chart-Situation zeigt auch, dass wir hier recht solide dastehen. Insgesamt natürlich ein Unternehmen, was stark gelaufen ist in den letzten Jahren und jetzt aktuell in einer sehr bullischen, doch steigenden Konsolidierung festhält. Ja, wir sehen hier die zwei Begrenzungen, die obere und auch die untere, den orangenen Bereichen und aktuell befinden wir uns unterhalb dieses Trendes und hier könnte man durchaus jetzt schon, wenn man überzeugt ist, kaufen. Wäre überhaupt kein Problem, denn jetzt ist der Weg hochfrei in Richtung 190 Dollar etwa. Dann muss man aber damit rechnen, dass es wieder runter geht, denn die Seitwärtsphase ist weiterhin im Trend und sollte es dann dazu kommen, dass man ausbricht aus dieser Formation, dann wird auch wieder mehr Auftrieb kommen. Das heißt, dass man hier bei einem Ausbruch doch kaufen könnte und der Kurs dann weiter stärker steigt in Richtung 200 Dollar, 220 Dollar. Das wird sich dann eben zeigen, auch aufgrund der Nachricht, die vielleicht dazu führen könnte, dass man hier ausbricht. Ich bin gespannt, wie es hier eben weitergeht. Hier ist das Trend-Template nicht ganz so deutlich. Es ist zwar positiv, aber eben doch durch die Seitwärtsphase stark geklettet. Auch hier, die Slows-Thorastik zeigt, überverkaufte Bereich, also dass jetzt hier kurzfristig Gewinne entstehen werden, ist doch recht wahrscheinlich. Weiter soll es gehen mit einem Unternehmen, in dem ich ebenfalls selbst investiert bin und das ist die Apple-Aktie. Ja, die Apple-Aktie habe ich auch übergewichtet, daher wieder der Disclaimer-Hinweis. Passt bitte auf, dass ihr euch selber eine Meinung bildet und hier nicht blind dem vertraut, was ich hier von mir gebe. Daher, die Apple-Aktie befindet sich in einer tollen Tasse mit Henkel-Formation und diese wurde eben vor wenigen Handelstagen verlassen. Wir sehen, die Konsolidierung doch recht stabil, schön auskonsolidiert und immer stabiler. Der Umsatz ist runtergegangen seit dem Aktiensplit und jetzt eben doch der Ausbruch und jetzt schon der Anlauf auf das Allzeithoch bei knapp 142 Dollar. Das sehen wir hier, das ist das Allzeithoch, oder 139, genau mittlerweile ist man schon bei 142. Vorbörslich legt die Aktie weiterhin zu. Die Quartalszahlen sind ja am Donnerstag meines Wissens nach und da kann es natürlich auch zu starken Überraschungen kommen, denn ich glaube, hier haben wir fundamental sehr viel Support. Die iPhone-12-Modelle sind weiterhin ausverkauft. Man muss zwei Wochen warten, bis man eines bekommt und das zwei Monate nach dem Launch des Ganzen. Dann hat man die ganzen Services, die weiterhin wachsen werden. Auch Apple One als Paket ist sicherlich auch noch ein Wachstumstreiber. Die neuen Kopfhörer werden sicherlich nicht ganz schlecht angekommen sein. Dann gibt es natürlich noch viele weitere Sachen, die bei Apple Gas geben können, vor allen Dingen die Kosteneinsparung aufgrund der weggelassenen Netzteile und die Kopfhörer, die nicht mitgeliefert sind. Und was man auch nicht unterschätzen darf, auf der ganzen Welt ist Apple tätig und das heißt, dass man auch hohe Kosten in Sachen Transport hat. Nun sind aber diese Pakete nicht mehr so groß wie früher, sondern das iPhone nur noch verpackt in einem kleinen Karton. Das heißt, man kann fast doppelt so viele verschicken mit einer Sendung, als es vorher der Fall war. Auch das wird stark zu Kostensenkungen führen und natürlich dann auch die Marsche wieder nach oben treiben. Also ich bin sehr überzeugt, dass Apple hier gut liefern kann und dann geht hier die Apple Rallye weiter. Auf langfristiger Sicht bin ich hier weiterhin positiv. Auch das Trend Template, ihr seht es selbst, ist nach wie vor positiv. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt und wir werden sicherlich auch auf Instagram berichten. Daher nochmal der Hinweis, folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook. Dort wird die Gruppe auch immer aktiver, immer mehr Fragen entstehen, immer mehr Kompetenz kommt in diese Gruppe. Ja, wir schauen weiter. Was habe ich noch auf dem Zettel stehen? Es geht noch weiter um einen Zahlungsdienstleister, den ihr vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm habt. Und zwar die Aktie von Viserv. Und Viserv ist ja ein Zahlungsdienstleister und hat 2019 im Januar First Data übernommen. First Data, der ein oder andere kennt das vielleicht. Das ist ja ein Anbieter von den Terminals. Jetzt, wenn ihr einkaufen geht bei Rewe oder wo auch immer, dann erkennt ihr manchmal, dass wir an diesen Terminals, wo ihr eure Karte auflegt, First Data steht. Und dieses Unternehmen wurde übernommen von Viserv. Und das hat dann auch erst mal zu Wachstum geführt bei Viserv. Das sieht man hier. Nach der Übernahme Anfang 2019 ging es auch weiterhin drauf. Die Corona-Krise brachte hier natürlich erst mal starke Abverkäufe mit sich. Denn es wurde weniger gereist. Es wurde weniger geshoppt im stationären Handel. Die Restaurants hatten geschlossen. Also überall dort, wo man tendenziell mit Karte zahlt. Das hat dann eben nicht stattgefunden. Also gab es hier natürlich auch einen fundamentalen Einbruch. Die Aktie konnte zwar wieder etwas stabilisieren, aber eben nicht auf Allzeithoch zurücklaufen. Und hier sehen wir auch, es ist keine V-Erholung zu sehen. Wir haben eine Seitwärtsphase. Das Trend-Template war hier oder ist hier noch nicht ganz intakt oder wird so langsam erst wieder positiv. Die Seitwärtsphase, der Trend, doch trotzdem noch stabil, um die 100 Dollar etwa. Und wir sehen, dann gab es den Ausbruch und das war die Nachricht, dass hier ein Impfstoff jetzt zugelassen wird. Also nicht nur in Deutschland, sondern allgemein, dass die Impfstoffe jetzt auf den Markt kommen und für hoffentlich bald wieder Normalisierung sorgen können. So dann aber auch der relativ schnelle Abverkauf. Denn der Markt bleibt skeptisch, was die Zahlungsdienstleister betrifft. Es ging zwar nochmal rauf auf die 120 Dollar, aber auch gleich wieder ein Gegendruck. Aber jetzt ist man eben auf dem Pivotal News Point. Man hat wieder diese Unterstützung getroffen und das zeigt jetzt hier die rote Linie. Und von dort aus könnten jetzt wieder Käufer hineinkommen. Vorbürslich erst ein Prozent plus. Das könnte also so nach und nach in den nächsten Wochen hier wieder in Richtung 120 Dollar gehen. Da bin ich recht überzeugt und sehr bullig. Ich bin gespannt, ob das dann auch eintritt. Ganz anders wäre es dann, wenn der Kurs hier nochmal runterfällt unter die rote Linie. Dann sollte man was mal weiter an der Seitenlinie bleiben und vielleicht auch, wenn man eine Position eröffnet hat, wieder verkaufen. Je nachdem, wie langfristig man kauft und wie überzeugt man von dem Geschäftsmodell ist. Ganz klar. Also, wir surfen vielleicht eine Idee, die jetzt noch nicht ganz so gehypt ist. Insgesamt muss man ja von der Aktie nur positives Bericht. Denn schaut euch das an. Über die Jahre hinweg doch eine recht stabile Geschichte. Da wurden selbst Krisen jetzt nicht wirklich stark abverkauft. Deshalb, warum eigentlich nicht? Ja, sollten wir auf dem Zettel haben. Und ich würde sagen, jetzt haben wir die acht Unternehmen einmal oben gerundet. Und ich weiß nicht, wir sollten vielleicht nochmal kurz zurückschauen. Denn die Varta-Aktie, die hatten wir ja in den letzten zwei Folgen auch mit betrachtet. Und da ging es ja darum, der Ausbruch, was passiert dann? Und ja, dann war es euch auch immer mal oder habe ich auch öfter mal die Frage erhalten, wie man sich jetzt verhält. Weil die Aktie nochmal bei 120 Euro runterging auf die 110. Und da hat man eigentlich einen perfekten charttechnischen Punkt getroffen. Denn das war genau nochmal der Abwärtstrend, der hier getroffen wurde. Käufer kamen hinein und seitdem ist der Kurs im Bullenmodus. Ja, es ging hoch in Richtung Allzeithoch. Das ist bei 138,50 Euro der Fall. Bis dahin ist der Weg erstmal noch frei. Das werden wir vielleicht sogar heute noch sehen. Doch dann wird es erstmal kurze Abverkäufe geben. Nicht weit, bin ich mir relativ sicher. Wenn es jetzt keine fundamentalen Probleme gibt. Und dann geht es weiter über die Allzeithochs in Richtung 170, 180 Euro. Daher bin ich da weiterhin Bullish. Auch wenn hier relativ viele Short-Seller mit drin sind in diesem Kurs. Muss man halt sehen. Aber die gehen jetzt auch tendenziell raus. Schauen wir mal, wie es eben hier weitergeht. Ich glaube, ihr könnt die Warta-Position weiterhin behalten. Zumindest ist das ein Vorgang, den ich gehen würde. NKB ist heute auch frisch ausgebrochen, um noch mal kurz den grünen Sektor hier anzugehen. Wir sehen, dass die NKB-Aktie schön konsolidiert ist auf sehr hohem Niveau und jetzt eben heute einen Sprung macht und ausbricht. Auch hier kann man dem Trend folgen und nochmal investieren. Dennoch muss man wissen, NKB ist hoch bewertet. Klar, hier ist viel Fantasie drin. Genauso wie auch bei der Aktie, die wir zuletzt betrachtet hatten in unserem Aktiencheck. Die Aktie von Palantir, die hier letzten Freitag nochmal richtig durch die Decke ging. Im Aktiencheck hatten wir darauf hingewiesen, dass die Seitwärtsphase hier, die Konsolidierung stattfindet und wahrscheinlich erstmal bleibt. Und dass wir auf einen Ausbruch warten sollten, bis man kauft. So, der ist nun dann am Freitag stattgefunden und dann ging es hier ganz knapp drüber. Konnte aber keiner ahnen, dass sie gleich um 25% steigt. Das war dann auch nachrichtengetrieben, denn man möchte jetzt Einblick gewähren in das Geschäftsmodell, wie das Ganze funktioniert, damit auch die Anleger das Ganze mal richtig erkennen können. Ja, der Anstieg dann, so gab es jetzt außerbörsel oder vorbörselig bis knapp 35 Dollar. Das ist natürlich schon heftig. Hier hat man jetzt auch eine Bewertung von knapp 60 Milliarden Dollar. Das ging jetzt also fix. Ja, wer da eingestiegen ist, diesen Kaufsignal wahrgenommen hat und dann hier auch eine Position angesetzt hat, der wird sich freuen über gute Rendite. Beziehungsweise, wenn man schon langfristig investiert ist, ist ja auch alles super. Aber für diejenigen, die einsteigen wollten, ja, das ging schnell und kam auch schnell. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht, ob wir hier noch einen Rücksetzer sehen, was durchaus denkbar ist, weil ja häufig solche Ausbrüche aus solchen Trendsituationen nochmal zu einem Rücksetzer führen auf die gelbe Linie, wie wir es gerade schon bei Vata gesehen haben. Aber es ist eben auch nicht immer so der Fall. Wir sehen das auch bei Teladoc, die ich hier noch kurz ansprechen wollte, die wir auch schon mal unter die Lupe genommen haben gemeinsam. Hier gab es ja den Ausbruch ebenfalls aus der gelben Linie. Ja, wir sehen, hier gab es also einen schönen Ausbruch. Und hier gab es eben nicht den Rücksetzer, wie bei Vata gerade eben, sondern hier ging es direkt weiter in Richtung Allzeithoch. Und jetzt nimmt die Aktie weiterhin Lauf und ist auf dem Weg in Richtung 300 Dollar. Teladoc hätte sich also gelohnt, den Einstieg beim Ausbruch zu nutzen. Ich bin selber auch hier investiert, aber eben schon vor dem Ausbruch. Ich wollte nicht lang warten. Ich war schon vorher sehr überzeugt. Ja, haben wir also mehr als acht Unternehmen betrachtet und ich freue mich natürlich wieder über euer Feedback. Und vergesst nicht, wir haben noch den norwegischen Staatsfonds im letzten Podcast unter die Lupe genommen. War doch recht interessant. Außerdem noch ein Aktiencheck. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also macht euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.